Plötzlich sprechen alle über Ethereum. Was macht Ethereum so spannend? Was ist es genau? Und was solltest du über die Bitcoin-Konkurrenz wissen? Außerdem, was ist das Potenzial dieser Währung? Und diese Fragen wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tallerbox, mein Name ist Bastian. Ja, Ethereum hat in letzter Zeit nicht unspektakulär für Schlagzeilen gesorgt. Um es genauer auszudrücken, der Preis der Währung ist über 3000% gestiegen. Bitcoins, die viel bekanntere alternative Währung, legte in diesem gleichen Zeitraum nur 141% zu. Und einige Experten gehen sogar davon aus, dass Ethereum Bitcoins bald schon als größte und bedeutendste Währung ablesen könnte. Der Vormarsch von Ethereum wurde aber auch beschleunigt, weil sich auf einmal große Wallstreet- und Tech-Firmen für die Kryptowährung interessierten. Dazu begannen namhafte Vertreter wie BP, Credit Suisse, Intel, JP Morgan, Samsung und so weiter und so fort. Diese Unterstützung wird mittlerweile in der Enterprise-Ethereum-Allianz gebündelt. Also eine berechtigte Frage, warum wir uns nicht mal mit dem Thema beschäftigen sollten. Aber was macht diese Währung jetzt so besonders? Ja, der 22-jährige Gründer Vitalik Buterin drückt das wie folgt aus. Was Bitcoin für Zahlungen tut, kann Ethereum für alles, was programmiert werden kann, tun. Also ist Ethereum gar keine Währung? Was heißt das jetzt also genau? Also, wenn Bitcoin ein Taschenrechner ist, dann ist Ethereum ein Smartphone. So ist der Taschenrechner in der Regel ein Gerät, das einzig dem Zweck, nämlich grob gesagt dem Zusammenrechnen von Zahlen dient. In Bezug auf Bitcoins ist der Zweck also als Zahlungsmittel für internationale Transaktionen, Micropayments oder Online-Werbung zu dienen. Das Smartphone hingegen ist einfach und generisch. Wenn man es kauft, kommt es bereits mit einer Vielzahl von Apps. Hat jemand eine neue Idee, kann man diese in Form einer neuen App implementieren. Die User müssen dafür keine neue Hardware kaufen und der Programmierer muss kein eigenes System aufsetzen. Und diese Blockchain-Technologie ist weitaus mehr einsatzbar als nur als Zahlungsmittel. So lassen sich in Ethereum dezentrale Apps, kurz DApps genannt, für zum Beispiel die Finanzwelt, Cloud Computing, Nachrichten oder verteilte Regierungsführung bereitstellen. Ethereum kann dabei jedes Problem lösen, was ein Smartphone oder PC lösen kann, mit weitaus mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Der wichtigste Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin ist also, Bitcoin war von Anfang an als Währung gedacht. Ethereum wurde als Plattform entwickelt, auf der zwei Parteien einen Vertrag eingehen können, ohne eine dritte Partei. Die sogenannten Smart Contracts sollen für mehr Vertrauen zwischen den Vertragspartnern sorgen. Kurz gesagt, das Ethereum ist ein Netzwerk aus Computern und Smartphones, die eine neue Art von Apps ermöglichen. Welche neuen Möglichkeiten gibt es jetzt genau? Was sind hier konkrete Beispiele? Ethereum könnte also die Grundlage für eine echte Sharing Economy schaffen. Also dieses Blockchain-basierte dezentrale Netzwerk könnte als Basis für die nächste Generation von P2P-Apps dienen, wie zum Beispiel Uber oder R&B, aber das Ganze nur ohne Firma dahinter, also mit viel weniger Kosten. Ein Beispiel, du möchtest zum Beispiel deine Wohnung vermieten und stellst diese ins Netz. Ein Interessent sieht jetzt deine Wohnung und bucht es. Dann wird der Smart Contract ausgeführt und du bekommst dein Geld und derjenige, der die Wohnung gemietet hat, bekommt dafür einen Code und nur mit diesem Code ist das Ganze zu öffnen. Also es wäre kein Airbnb mehr nötig, weil alles durch Ethereum bzw. Smart Contracts geregelt werden könnte. Dadurch sinken natürlich die Kosten und keine Firma hintendran mehr hat die Daten, die sie überwachen kann. Ethereum kann auch genutzt werden, um Finanzapplikationen zu schaffen, welche absolut vertrauensvoll und transparent sind, weil sie auf der Blockchain basieren. Aber gibt es jetzt überhaupt eine Ethereum-Währung? Wie bereits erwähnt, Ethereum selbst ist keine Währung, aber es hat eine. Das Pendant dazu der Bitcoins wäre der Ether. Dieser Ether ist der Treibstoff des Systems, weshalb ihm auch das Synonym Gas angehaftet wird. Der Ether kann dabei wie die Bitcoins nicht durch Staaten oder Zentralbanken kontrolliert werden. Zudem kann der Ether einerseits als Währung eingesetzt werden, andererseits aber auch für virtuelle Anteile von Vermögen, Mitgliedschaften und vieles Weiterem. Die vielen Anwendungsbereiche sind auch mit ein Grund, warum Ethereum immer beliebter wird. Genau wie Bitcoins kann Ether-Mining betrieben werden, also Ether selbst erzeugen. Aber es gibt keine maximale Menge wie bei den Bitcoins, also es steht nicht fest, wie viele Einheiten es insgesamt geben wird. Derzeit gibt es ungefähr 94 Millionen Ether, von denen 72 Millionen in einem Crowdsale erschaffen worden sind. Anders als beim Bitcoin gibt es keine abnehmende Entlohnung der Miner. Diese bekommen 5 Ether je Block. Da ungefähr alle 15 Sekunden ein neuer Block gefunden wird, entstehen im Jahr ca. 10 Millionen Ether, was ungefähr einer Inflationsrate von aktuell 10% entspricht. Das soll aber mit der Zeit runtergehen. Außerdem gab es bei Ethereum einen Vorfall, wodurch es aktuell zwei Währungen gibt. Aber ganz von vorne, die DAO, eine sogenannte dezentrale autonome Organisation, die durch ein Smart Contract in die Ethereum Blockchain implementiert wurde. Grob gesagt besteht die Aufgabe von der DAO darin, Ether durch Verkauf von Stimmrechtanteilen, auch Token genannt, einzunehmen, ein Entscheidungskriterium über die Verwendung des gesammelten Ethers abzuhalten und entsprechend das gesammelte Ether zu überweisen. Es handelt sich also um eine autonome und automatisierte Investmentfirma. Am 17. Juni 2016 hat aber ein Unbekannter durch einen Fehler im Smart Contract von der DAO 3,6 Millionen Ether unbrauchbar gemacht. Diese waren zum damaligen Zeitpunkt mehr als 65 Millionen Euro wert. Eine harte Abspaltung, Englisch Hard Frog, die den Angriff rückgängig gemacht hat, war in der Community sehr umstritten, wurde aber in einer Bestimmung beschlossen. Daraus entstanden zwei Blockchains, die ursprüngliche Ethereum Classic und das neue Ethereum. Die Ethereum Foundation hat sich dazu entschlossen, ihre Entwicklungstätigkeit nur auf das abgespaltete neue Ethereum zu richten. Aber was sagen Befürworter und Kritiker zu Ethereum allgemein? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Währung? Ein Vorteil ist, die Datenverarbeitung geht bei Ethereum viel schneller vonstatten als im Bitcoin-Netzwerk. Sprich, es gibt eine Zeitersparnis. Es kann eine echte Sharing Economy geschaffen werden, bei der die Macht nicht mehr bei den Großen liegt, wie bei Apple, Google oder Facebook. Denn mit Hilfe dieser Apps und Smart Contracts wird das Ganze transparenter und es wird mehr Vertrauen geschafft. Und die User über ihre eigenen Daten entscheiden können. Außerdem können viele Kosten eingespart werden, weil Barrieren abgebaut werden. Zudem können sich ganz neue Geschäftsfelder auftun durch diese Smart Contracts. So kann es zum Beispiel eine Revolution im Finanzwesen geben, im Geschäftsbereich, aber auch im alltäglichen Leben. Altbewährte Strukturen werden womöglich komplett von Grund auf geändert, wie zum Beispiel Airbnb und Uber, die aktuell das Nonplusultra sind. Aber es gibt auch Kritik. Die Währung ist am Anfang natürlich noch sehr, sehr volatil und unterliegt großen Schwankungen bei Neuigkeiten oder Veröffentlichungen bestimmter Nachrichten. Und diese können das Ganze natürlich sehr stark positiv wie negativ beeinflussen. Ein weiterer Punkt des Problems ist natürlich die Geldschöpfung. Das ultimative Ende ist noch nicht festgelegt. Sprich, es kommt zu einer Inflation und damit einer Entwertung unserer Ethereum-Coins bzw. des ETH. Außerdem ist das Ganze anfällig für Manipulationen-Fragezeichen. So gab es zum Beispiel einen Flash Crash von 319 auf 10 Cent an der GDEX-Börse, nachdem es einen großen Trade gab bzw. eine Veröffentlichung. Oder das Problem mit den zwei Währungen, wo es hier den Hack gab, wo eine zweite Währung gegründet werden musste. Und zudem steht der Vorwurf immer im Raum, dass das Ganze für illegale Sachen genutzt wird. Ein weiteres Problem ist auch noch, dass alle Debs laufen auf der Hauptkette und mit der Zeit wird das Ganze wahrscheinlich sehr groß und klumpig. Und hier muss noch eine Problemlösung gefunden werden. Aber mal ein allgemeiner Ausblick zu Ethereum. Also zum Beispiel Südkorea möchte die Ethereum und Bitcoins zum Schutz der Anleger legalisieren. Südkorea geht in Sachen Regulierung und Legalisierung von digitalen Währungen also schon einen Schritt weiter, was ein Zuspruch dafür sein könnte. Aber auch die Europäische Kommission greift das Thema auf und lässt untersuchen, welche potenzielle Anwendung und Auswirkungen diese Blockchain-Technologie für den Industriesektor bereithält. Zudem gibt es diverse Unternehmen, die den Trend erkannt haben und nutzen die Technologie von Ethereum bereits für ihre Projekte wie IBM und Samsung für den Internet of Things Project. Es ist natürlich nicht verwunderlich, dass sich auch der Computergigant Microsoft an der Programmierung von Ethereum beteiligt. Schließlich lockt das Versprechen von Effizienz und Automatisierung viele Unternehmen, aber allen voran natürlich auch die Banken. Hier an neuen Prozessen und Vertragslösungen zu arbeiten, erscheint viel sinnvoller, als eine weitere digitale Währung in Konkurrenz zu Bitcoins ins Rennen zu werfen. Aus dem Blog bitcoinblog.de habe ich ein sehr schönes Fazit gefunden. Ethereum ist ein schlechtes digitales Gold, aber ein gutes programmierbares Geld. So, jetzt weißt du, was Ethereum ist und wenn du jetzt wissen willst, wie du von Ethereum profitieren kannst, zum Beispiel einen seriösen Anbieter zum Kauf dieser Währung oder wie man diese Währung meinen kann, dann schau oben rechts in der Infokarte oder unten in der Beschreibung vorbei. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Auge nach oben da und wenn du keins der nächsten Videos zum Thema Geld und Börse verpassen willst, dann vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen oder Probleme zu dem Thema hast, komm gerne in unserer Facebook-Community vorbei. Unten findest du einen Link dazu. Bleibt mir nur noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.